Admiral Viktor Sokolov, der Kommandeur der russischen Schwarzmeerflotte, ist offenbar doch nicht unter den Toten des ukrainischen Angriffs auf die Krim am vergangenen Freitag. Ein am Dienstag vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichtes Video zeigt Sokolov unter den Anwesenden einer Videokonferenz des Ministeriums unter der Leitung von Verteidigungsminister Sergej Shoigu. Am vergangenen Freitag hatte die Ukraine das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte in Sevastopol mit Marschflugkörpern und Raketen angegriffen und behauptet, dass durch den Angriff 34 russische Offiziere, darunter Sokolov, getötet wurden. Nach dem Auftauchen der Bilder aus Moskau hat die Ukraine angekündigt, die Information noch einmal zu überprüfen.